Hey, willkommen zurück, hier haben wir uns auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es um den Themenkomplex Anziehung gehen und zwar darum, wie du mit klarer Kommunikation bei der Frau Anziehung erzeugst und wie viele Männer es eben verpassen und durch schwammige Kommunikation Anziehung bei der Frau verlieren. Das will ich dir heute erklären und wenn du das Themengebiet Anziehung generell interessant findest, dann lad dir mein gratis E-Book die drei mächtigsten Anziehungsschalter runter. Dort zeige ich dir die drei Anziehungsschalter, die am besten bei Frauen funktionieren, die bei, ich sag mal, universell fast allen Frauen funktionieren, die du lernen kannst. Erfährst du alles im E-Book. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Das ist der allererste Link. Du siehst jetzt hier oben auch ein I auf Poppen, ein Infopunkt. Dort kannst du auch draufklicken und dir das E-Book dort runterladen. Lass uns mit dem Video beginnen. Also, lass uns erstmal klären, was ist klare Kommunikation und was ist unklare Kommunikation. Klare Kommunikation ist Dinge direkt auszudrücken. Klare Kommunikation bedeutet aber auch, dass du nur so viele Wörter benutzt, wie du brauchst. Ich gebe dir mal ein Beispiel von unklarer oder schwammiger Kommunikation. Nehmen wir mal an, du sprichst die Frau an und du sagst folgendes. Hey, ich hab dich gerade gesehen und irgendwie hatte ich das Gefühl, du könntest ganz interessant sein und deswegen, ich hoffe, das kommt jetzt nicht komisch, hab ich überlegt, dass, also ich wollte dich halt ansprechen und einfach mal fragen, ob wir vielleicht die Nummern tauschen können und irgendwie mal einen Kaffee trinken gehen können. Also, vielleicht, wenn es irgendwie zeitlich für dich passt. Das wäre ein Beispiel für schwammige Kommunikation. Ich gebe dir mal ein Beispiel für nicht schwammige, für direkte Kommunikation. Dann dürfte sehr schnell klar sein, was ich meine. Direkte Kommunikation wäre hinzugehen und zu der Frau zu sagen, hey, du gefällst mir, lass uns gerne mal einen Kaffee trinken gehen, wann hast du Zeit. Der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen ist enorm. In dem einen Satz benutzt du ganz viele Füllwörter oder Softening-Wörter, solche Wörter wie vielleicht, aber nur wenn, eventuell. Das sind Wörter, die machen ein Gespräch oder eine Kommunikation weicher, softer. Ja, es kommt härter, wenn ich sage, du bist ein Arschloch, als wenn ich sage, ich glaube, dass du vielleicht ein Arschloch sein könntest. Das eine ist softer, das andere ist härter. Aber du möchtest klar und direkt kommunizieren und das ist das zweite Beispiel gewesen, in dem du zu der Frau zum Beispiel sagst, hey, du gefällst mir, lass uns mal was trinken gehen, wann passt es dir? Das sind alle Informationen, die sie wissen muss. Natürlich würdest du so eine Frau nicht ansprechen, sondern du würdest auch noch ein Gespräch mit ihr führen. Aber wichtig ist einfach, dass du dir merkst, du musst nicht diese ganzen unnötigen Wörter benutzen. Die zeigen nämlich nur, dass du unsicher bist. Die drücken einfach nur Unsicherheit aus. Und klar, du kannst Unsicherheit ausdrücken, du kannst es aber auch einfach lassen. Denn die Männer, die wirklich erfolgreich sind, weil Frauen, kommunizieren sehr, sehr klar. Und du kannst dir immer die Männer anschauen, die erfolgreich sind und dann kopieren, was die machen. Deswegen einfach klar kommunizieren, einfach direkt raus kommunizieren, was du möchtest. Und du wirst merken, dass wenn du klar kommunizierst, du dich auch viel besser fühlst. Also wenn du so unklar und schwammig kommunizierst, dann fühlst du dich auch selber dabei meistens nicht so gut. Aber wenn du klar und stark kommunizierst, dann, ich weiß nicht, mir geht es zumindest so, meinen Teilnehmern geht es oft so, dann fühlt man sich einfach kraftvoll. Als hätte man genau das gesagt, was man sagen wollte. Und dieses klare Kommunikationsthema, das zieht sich eben auch weiter in andere Bereiche des Flirts. Das geht auch darüber, dass du in einer Beziehung mit einer Frau sagst, was du möchtest. Dass du da klar ausdrückst, was du möchtest. Oder wenn ihr euch datet. Es geht darum, dass du klare Ansagen machen kannst, wenn zum Beispiel die Frau sich auf eine Art und Weise verhält, die dir gar nicht gefällt. Dass du nicht sagst, ja, das ist ein Problem, aber es ist gar nicht so schlimm. Sondern dass du sagst, hey, das ist ein Problem und wenn es nicht aufhört, dann gehe ich. Dass du einfach klare Kommunikation benutzt. Du musst in diesem Fall nicht sauer sein. Du musst nicht sagen, ah, du blöde Schlampe, ich gehe, wenn du nicht aufhörst damit. Du kannst dir klar sagen und ruhig sagen, hey, pass auf, das ist ein Problem. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann gehe ich. Ganz ruhig, ganz sachlich, aber klar und stark kommunizieren. Damit zeigst du der Frau, hey, ich bin ein selbstbewusster Mann, ich bin ein ruhiger Mann. Denn nur wenn du Ruhe hast, kannst du klar kommunizieren. Wenn du gehetzt bist, wenn du sehr schüchtern bist, wenn du sehr aufgeregt bist, das ist ja alles das Gegenteil von Ruhe, dann kommunizierst du meistens sehr unklar. Und was Männer machen, die auch sehr aufgeregt sind, die reden einfach viel. Ich habe dir schon mal ein Infilt-Video von mir gezeigt, wo du gesehen hast, wie ich sehr wenig geredet habe und auch Pausen gemacht habe und die Frau automatisch diese Pausen aufgefüllt hat mit Sachen, die sie gesagt hat. Aber viele Männer haben das Gefühl, sie müssten ganz viel reden. Es ist gar nicht schlimm, wenn Pausen passieren in den Gesprächen. Die Frauen füllen diese Pausen oft auf. Wenn du generell in deinen Live-Flight-Videos interessiert bist, dann wird übrigens am Samstag eins rauskommen. Schau da also unbedingt nochmal hier vorbei. Also, Thema klare Kommunikation. Gewöhn dir einfach an und beobachte dich mal selbst, wie du kommunizierst. Wie kommunizierst du mit anderen Frauen? Wie kommunizierst du... Nicht mit anderen Frauen. Wie kommunizierst du mit anderen Männern? Wie kommunizierst du mit Frauen? Und gewöhn es dir einfach an, generell stark und klar zu kommunizieren. Gewöhn es dir einfach an. Es wird zur Gewohnheit werden und irgendwann ist es, als würde es... Also es kommt dann einfach ganz automatisch eben, wenn es zu einer Gewohnheit wurde. Und du wirst merken, dass mit starker und klarer Kommunikation deine Anziehung gegenüber Frauen stärker wird, weil die Frau halt merkt, hey, das ist ein selbstsicherer Typ. Das ist ein Typ, der weiß, was er will. Und wenn es eine Sache gibt, die Frauen suchen, dann sind es Typen, die wissen, was sie wollen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel in Filmen mal Männer anguckst, die sehr attraktiv wirken, dann wirst du merken, dass die oft auch klar kommunizieren oder auch nicht so viel sagen. Guck dir zum Beispiel mal James-Bond-Filme an und achte mal drauf, dass James-Bond kaum verbales Feedback gibt. Der lächelt wenig, der grinst wenig und der sagt auch nicht so viel. Der sagt dann was, wenn es nötig ist, aber auch nicht mehr, als er sagen muss. Das ist eine Kunst, das wirst du mit der Zeit lernen. Aber je früher du anfängst, darauf zu achten, dass du nur das sagst, was nötig ist und dass du klar kommunizierst, desto besser kannst du damit auf Frauen wirken. Das ist ein kleiner Geheimtipp, den du auf jeden Fall anwenden solltest und der sehr einfach umzusetzen ist, aber einen großen Effekt darauf haben kannst, wie dein Erfolg mit Frauen am Ende des Tages aussieht. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wie gesagt, wenn du mehr über Anziehung erfahren willst, erster Link in der Beschreibung, die drei mächtigsten Anziehungsschalter ladst dir da runter. Du siehst es ja auch noch mal unten in der Ecke. Dort kannst du das letzte Video auf diesem Channel schauen und dort kannst du den Channel abonnieren. Solltest du machen, aktiviere dann auch diese Glocke, die du da siehst, damit du immer über die neuesten Videos informiert wirst. Schön, dass du dabei warst. Am Samstag gibt es das Live-Lerd-Video. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.